Hallo bei euromill.com. Ich möchte euch heute die E-Mail Pfanne der Firma Ries und zwar die Schlemmerpfanne vorstellen. Die Schlemmerpfanne ist ein österreichisches Qualitätsprodukt das von der Firma Ries auch hier hergestellt wird. Es ist für alle Induktionsöfen und auch alle anderen Herdarten geeignet. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es schnitt- und kratzfest ist, sehr leicht zu reinigen und bakterienhemmend. Mit dieser Pfanne könnt ihr einfach gesünder und energiesparender kochen. Einige Tipps zu der Pfanne, denn bei richtiger Handhabung und Pflege habt ihr sehr sehr lang Freude damit. Wenn ihr das Geschirr reinigen wollt, dann weicht es kurz vorher ein. So lassen sich Speisereste dann mühselbühelos entfernen. Festsitzende oder angesprannte Speisereste niemals mit einem scharfen Eisenschwamm reinigen. Man kann diese Pfanne auch in den Geschirrspüler geben. Da sollte man aber auch eher ein Schonprogramm wählen. Ich kann euch die Schlemmerpfanne von Ries wirklich nur sehr empfehlen, weil es ist ganz ganz wunderbar eine Pfanne zu haben, in der man kochen und servieren kann. Wir präsentieren sie euch in verschiedenen Größen. 20 cm, 26 cm, 28 cm und 30 cm. So könnt ihr für eure Familie auch die richtige Größe wählen, denn für den kleineren Haushalt reicht 20 bis 24 cm und für den größeren 26 oder 30 cm. Es wird auf euromil.com auch viele Rezepte mit der Schlemmerpfanne geben. Schaut immer mal herein, wenn ihr Anregungen dafür braucht. Und es wird auch einen Vertriebspartner geben, bei dem ihr diese Schlemmerpfanne bestellen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Schlemmerpfannen der österreichischen Traditionsfirma Ries. Tschüss. 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 Vielen Dank.